Ich bin wieder extrem gut gelaunt, ich hoffe natürlich ihr da draußen auch. Mein Name ist Cedric, für alle die mich noch nicht kennen, aber jeder nennt mich Cedo, was auch mein Spitzname slash Künstlername klingt voll professionell. Ich komme aus Köln, ich bin 22 Jahre alt, falls du neu auf diesem Kanal gefunden hast, freut es mich sehr, lass gerne ein Abo da, wenn du es feierst, wenn du dich hier wohlfühlst, es kommt jeden Tag ein neues Video, genauso wie heute und heute reagieren wir nämlich nochmal auf ein Video von Vanessa, denn Vanessa hat einen dritten, vielleicht ist das sogar schon der vierte Teil, ich habe mich nicht genau informiert, aber ich glaube einen dritten Teil zu dem Influencer-Produkte-Testen hochgeladen und die letzten Teile waren sehr, sehr nice, deshalb ziehen wir uns das heute auch nochmal rein. Das Geile ist, ich habe selber ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich so Influencer-Produkte-Testen machen soll, aber muss ich nicht, es ist ja viel bequemer hier zu sitzen, mir nichts zu bestellen, nichts zu Dings, dies, das, Meinung zu bilden, sondern ich gucke einfach an, was sie sagt und wir sind einfach gespannt, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir schnackeln gar nicht fackeln lang um den heißen Brei, liebe Freunde, lädt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch Snacks, macht euch einen leckeren Tee, beziehungsweise Eistee, wenn es gerade wieder so schwül und warm draußen ist. Auf jeden Fall, das Wichtigste, macht euch gemütlich. Nehmt euch Zeit, lasst uns das Ding hier entspannt angucken. Ich bin sehr gespannt, wo das Ganze hingeht und ich würde sagen, wir schnackeln nicht lang rum. Let's go. Mhm. 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 Das ist einfach eine Poppe. Ja, vielleicht ist es das. Okay, 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 okay. Ihr habt mal wieder was bestellt. Ihr kennt das Spiel, ich bestelle Sachen, ich teste sie, ich sage euch die Facts. In diesem Video habe ich mir zwei Essensprodukte bestellt, also einmal was zu essen, einmal was, um mehr Wasser zu trinken. Und das muss ich jetzt über mehrere Tage halt dann auch testen, weil ich kann das nicht alle... Um mehr Wasser zu trinken, kenne ich da nur ein Produkt. Bis jetzt. Das benutze ich und bei mir klappt's gut. Und das war keine bezahlte Werbung. Also an einem Tag essen. Heute fangen wir an mit Waterdrop. Das sind so kleine Kapseln, die man sich in sein Wasser tut. Da sollen wohl, glaube ich, auch gute Inhaltsstoffe sein, die halt irgendwas Gutes für den... Ah, doch, 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 doch. Doch, das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Den Körper tun und das Wasser schmeckt dann besser, damit man mehr Wasser trinkt. Ich habe mir jetzt hier dieses Probier-Starter-Paket geholt. Da sind einfach sechs verschiedene Geschmacksrichtungen drin. Sieht schön aus. Und in dem Ding sind drei so Brause-Dinger drin, die man dann sich ins Wasser tut. Ich habe mir jetzt keine Glasflasche oder so mitbestellt. Das verkaufen die auch ganz viel, obwohl ich die auch sehr schön finde. Aber nur die Thermos-Dinger. Die finde ich sehr schön. Und die Glasflasche finde ich nicht so schön mit diesem Blumen-Design drauf. Ich fand es ein bisschen schade. Ich konnte mir jetzt nicht aussuchen, welche ich haben möchte, weil man einfach sechs random zugeschickt bekommt. Das Probier-Set hat 13,90 Euro gekostet. Das sind also 18 Getränke durch 14 Euro. Also eine Kapsel kostet ungefähr 1,30 Euro. Das stimmt so nicht ganz. Im Testpaket kostet ein Geschmack 3 Kapseln. 2,33 Euro. Somit kostet eine Kapsel etwa 78 Cent. Wenn man wiederum einen Geschmack mit 12 Kapseln kauft, kosten diese 6,99 Euro, was einen Preis von ca. 58 Cent pro Kapsel macht. Aber jetzt weiter mit dem Video. Okay. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wichtig zu wissen. 60 Cent. Äh, wie ist das denn bei AirUp? Wie ist das denn bei AirUp? Bei AirUp kriegt man... Man kann sechs Liter trinken. Man kann fünf bis sechs Liter trinken mit einem Pott. Und drei Pots kosten nur 6, 7 Euro. Heißt, man kann 15 Liter trinken für 7 Euro. Also AirUp ist auf jeden Fall günstiger. Aber da schmeißt man auch keine Kapseln rein. AirUp ist halt nur Geruch. Dafür ist, dass die Firma ganz gut ist, dass die keine krassen Rabattcodes raushauen. Ich glaube, die größten Rabattcodes sind so 10 bis 15 Prozent. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ein so eine Kapsel, so ein Microdrink reicht für 400 bis 600 Milliliter. Hier steht ohne Zucker, wertvolle Vitamine. Eine Kapsel reicht bis 400 bis 600 Milliliter. Sagen wir mal 500 einfach. Drei Kapseln in einem. Insgesamt 18 Kapseln waren das. 18 mal 500. Das sind 9 Liter für 14 Euro. Bei AirUp 15 Liter für 7 Euro. Wenn nicht sogar mehr als 15, weil ich trinke meistens mehr. Ich trinke auch, wenn gar nicht mehr so starker Geschmack ist, weil mich das gar nicht so stört. Ein einzigartiger Geschmack, Frucht- und Pflanzenextrakt. Also preislich gesehen, falls es einem wirklich richtig gut schmeckt, finde ich den Preis vollkommen okay. Weil ich trinke sehr viel Red Bull und das kostet auch 1 Euro. Ja, aber 13 Euro für 9 Liter. Das heißt für 1 Liter 1,44 Euro. Wenn du 1 Liter trinken willst, Wasser mit diesen Dings 1,44 Euro. Kriegst du für 1,44 Euro nicht auch im Laden irgendein Wasser mit Geschmack, was gesund ist? Denkt man schon, oder? Aber ja, das ist ein bisschen nachhaltiger. Du hast keine Plastikflasche drumherum und so. I understand. Ich finde trotzdem, hm, weiß ich nicht. 20 oder so pro Dose. Wenn man das wirklich richtig geil findet und die Inhaltsstoffe auch gut sein sollen, dann ist das natürlich noch besser. Und man trinkt halt mehr Wasser. Besser als sich jeden Tag eine Dose Red Bull oder Cola oder so reinzukippen. So, mit welcher fangen wir denn heute an? Ich möchte heute mal Glow probieren. Die haben alle sehr eigene Namen, also wünsche ich mir davon auch einen schönen Glow und einen, dass ich heute sehr schön aussehe, okay? Ansonsten habe ich noch Love, Relax, Zen, Focus und Youth. Glow ist Mangos, Kaktusfeige und Artischocke. Da drin sind Vitamin C, Vitamin B1. Okay, die Mischung finde ich aber geil. Mango, Kaktusfeige, Artischocke. Das klingt irgendwie wild. Das klingt nach einem Erlebnis. Und Vitamin E. Auf der Seite steht auch das, die in Deutschland hergestellt werden. Das ist jetzt die Verpackung geöffnet. Hier sind diese drei kleinen Waterdrops drin und dann kann man das halt nehmen und in sein Glas. Ich habe jetzt hier ein Glas. Ich glaube, ich brauche ein größeres Glas, eine 400 bis 600 Milliliter. Das sind safe 400. Also ich habe in dem Glas jetzt 500 Milliliter drin. Und jetzt müssen wir warten, bis es sich vollständig aufgelöst hat. Ich finde Brausetabletten an sich einfach geil. Brausetabletten sind wie so ein Spielzeug. Man, das macht Spaß zuzugucken, wie die sich auflösen. Also es ist so eine Mini-Kleinigkeit, aber es macht Spaß. Ich verstehe es nicht. Ich checke es nicht. Woran liegt das? Ich muss sagen, die Firma sehe ich nicht penetrant krass viel auf Instagram. Ich habe von der vielleicht bis jetzt drei Werbungen oder so gesehen. Also auf wirklich sehr wenigen Accounts und auch nur bei Accounts, denen ich traue. Ich folge sowieso nur Leuten, denen ich traue. Aber auch Leute, die halt nicht nebenbei auch noch für Oceans Apart oder so werben. Das riecht sehr gut. Das riecht sehr effrischend. Deswegen, ich kann nicht sagen, dass es eine penetrante Instagram-Firma ist. Bis jetzt bin ich sehr positiv. Aber die größte Angst, die ich hätte, ist, dass es wie so eine billige Ahoy-Brause einfach schmeckt. Weil dann trinkst du am Ende des Tages, du hast auch nicht das Gefühl, du trinkst Wasser gerade und bist richtig gestillt von Wasser. Sondern es ist so, als würdest du so eine Brauseschorle trinken, so ein bisschen. Und hier trinkst du ja wirklich Wasser. Man hat einfach nur so einen leichten Nebenduft. Der, also ich möchte das gerade nicht gut reden. Ihr wisst, dass ich Airab feiere. Ich feiere das schon seit, keine Ahnung wie lange, zwei Jahren, drei Jahren. Ich weiß nicht. Ich mache immer wieder Kooperation mit Airab, aber einfach, weil die ein super Partner sind. Aber das ist was ganz anderes als das, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl. Ab, auf, abgestimmt, positiv, eingestimmt. Bis jetzt bin ich sehr positiv gegenüber dieser Marke. Manche Leute schreiben unter diesen Videos von mir immer so, du gehst direkt voll negativ dran und so. Und ich denke mir so, natürlich gehe ich negativ an eine Firma dran, die 50% Rabattcodes rausballert. Weil wenn jemand 80 Euro für eine Kerze oder so verlangt, dann muss das wirklich eine krasse Kerze sein. Damit ich das gerechtfertigt und gut fühle. Mit 80 Euro kann man kleine Wohnungen mieten, gefühlt. Da sind wir direkt ein bisschen skeptisch und negativ dran. Wenn eine Firma von Anfang an gut drüber kommt, bin ich auch direkt erstmal positiv. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Sprudelwasser besser schmeckt. Mhm. Also. Ich finde, es schmeckt wie so eine Brausertalblätte. Scheiße. Ja, das wusste ich. Das dachte ich mir halt. Das wäre mein Problem. Weil du hast doch nicht das Gefühl, du trinkst Wasser. Du hast das Gefühl, du trinkst so aufgelösten Eistee. Und wenn du das trinkst, hast du ja nicht das Gefühl von, oh ja, ich trinke gerade erfrischendes Wasser. Ich trinke gerade gesundes Wasser. Selbst wenn es gesund ist, hast du doch so ein bisschen das Gefühl, du trinkst gerade irgendeine aufgelöste Tablette. Wie gesagt. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle irgendwie so Magnesium- oder Zink-Brausetabletten einfach. Ich denke, es gibt hier bestimmt von den ganzen Sorten irgendwas, was mir sehr gut schmecken wird. Das ist nicht ganz mein Geschmack. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man sehr zuckerhaltige Süßgetränke und so braucht zum Essen oder so, dass man vielleicht zum Essen auf sowas um... Aber das ist doch nicht der Sinn von mehr Wasser trinken, finde ich, liebe Freunde. Dass, wenn ich ein zuckerhaltiges Getränk zum Essen brauche, das kommt ja auch manchmal vor. Einfach, man trinkt immer Wasser, aber man braucht jetzt einfach mal eine Cola. So, dann trinke ich auch eine Fanta oder eine Cola oder einen O-Saft oder so dazu. Aber dann doch nicht so eine aufgelöste Tablette, oder? Also ich will es nicht schlecht reden, ne? Versteht das nicht falsch. Versteht das nicht falsch. Ich will es nicht schlecht reden. Das ist natürlich... Jeder mag das anders und vielleicht hilft das bestimmten Personen besser, viel Wasser zu trinken, als zum Beispiel er ab. Auch hier Beispiel mit dem Red Bull fand ich auch gut. Anstatt das Geld für den Red Bull auszugeben, lieber so einen halben Liter Wasser zu trinken. Finde ich auch besser, mit einer aufgelösten Tablette so. Jetzt ist nur noch meine Aufgabe, den Geschmack zu finden, der mir auch 100% schmeckt. Ich werde jetzt über die nächsten Stunden und Tage halt noch die anderen ausprobieren und euch dann immer wieder berichten. Aber bis jetzt finde ich die Idee, die Preise, die Firma, alles drum und dran eigentlich ziemlich gut. Hallo! Wir werden gleich essen und dafür würde ich mir jetzt den nächsten Waterdrop gönnen. Ich habe mich jetzt für Focus entschieden. Vitamin C, Diamin und Pantotin... Pantotensäure. Einfach die Pantotensäure, man kennt's. Das... Du kannst ja erraten, was da drin ist. Zwei von drei kenne ich auch nicht. Also nur eine Wurstwerfer. Was ist da, Milone? Du hast es noch nicht mal probiert. War richtig? Nein. Das schreckt so. Die fände ich besser als den anderen. Okay. Aber der schmeckt auch nicht so stark. Der schmeckt irgendwie ganz... Also der schmeckt ganz geil. Ja. Mh. Das schmeckt so hauptsächlich Zitrone, Limette. Ja, es ist Limette drin. Ah, okay. Also da ist Limette, Baobab und Acerola drin. Ja, kennst du nicht Baobab? Ja, Baobab natürlich. Ich liebe Baobab, das ist so lecker. Einfach Baobab. Ich will das jetzt ganz kurz googeln. Baobab-Frucht. Ich blende euch hier ein Bild von der Baobab-Frucht ein. Krass. Und so sieht sie von innen aus. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Das ist krass. Was ist das denn? Und so sieht der Baum aus von der Baobab-Frucht. Der Baum hat ja mal Übel-Style, Alter. Was ist das denn? Uff, wie geil. Der Baum aussieht. Komm mir nicht klar. Okay, wir machen weiter. Auf jeden Fall Focus ist das. Kann ich mir schon imagine, wie man sich da besser fokussen kann. Finde ich auch. Also ich schaff schon direkt. Bis zum nächsten Getränk. Tschüss. Neuer Tag. Neuer. What a job. Oh, hier ist so schönes Licht. Sieht man das? Ich habe mir heute ausgesucht. Relax. Der hat auch wieder vier Kalorien. Und Vitamin C, Thyamin und Biotin. Der sieht richtig lecker aus, finde ich. Hibiskus Aronia Acerola. Oh, damit könnte man den Pink Drink machen, der mir nicht schmeckt. Das ist bis jetzt der Beste. Der hat richtig viel Geschmack und schmeckt einfach wie so ein Tee. Ich glaube, damit könnte man wirklich den Pink Drink machen. Okay, wir sehen uns beim nächsten Geschmack. Hello. Ein neuer Tag. Ein neues. Okay, die ganzen Geschmack von diesen Air-Drop-Dingern, wie auch immer, interessieren mich jetzt nicht mehr. Okay, wir machen mal weiter beim nächsten Produkt. Was ich heute teste, das kam schon vor ein paar Tagen an. Die machen auch keine zu penetrante, krasse Instagram-Werbung mit 50%-Rabatt-Codes und so. Ich sehe die nur immer mal wieder so nebenbei in Storys. Ich glaube, die schicken Influencer gerne einfach immer umsonst Produkte zu und dann zeigen die Influencer das so nebenbei. Das sind auch sehr schicke Sachen und so. Und zwar rede ich von der Marke Holy. Die stellen Smoothie Boats. Die sehe ich auch immer in ganz normalem Einkaufsladen sehe ich die tatsächlich immer. Ja, die sehen so geil aus in den Storys immer. Vor allem diese hier. Das ist die Ocean Bowl und die ist einfach komplett blau und sieht so cool aus. Und dazu kann man sich dann noch diese Bambusschälchen mit Holzlappel dazu tun, damit es auch richtig schön und fancy aussieht. Also ich habe mir dieses Start-up-Set mal bestellt. Da kann man sich halt die vier Bowls aussuchen und kriegt zwei Schüsseln für 40 Euro war das jetzt, glaube ich. Die zwei zusammen kosten 20 Euro und dann würden die vier Bowls auch 20 Euro kosten. Also zahlt man pro Bowl 5 Euro. Das ist schon mal eine Menge Geld. Ich kann ein bisschen verstehen, dass das so teuer ist. Ich finde 5 Euro ehrlich gesagt nicht zu viel. Wenn das wirklich gute Inhaltsstoffe drin hat, also wirklich nur gefrorene Früchte und gefrorene Sachen, also unverändert, dann fühle ich das an sich. Ich bin allgemein nicht so krass der Bowl-Liebhaber, aber ich finde es jetzt nicht Wucher. Aber mir persönlich wäre es zu teuer. Mir wirklich immer so Frühstücksbowls für fünf, also jeden Frühstück fünf Euro zu zahlen. Ich muss noch mal kurz was zu den Bowls sagen, weil die jetzt nur in diesem Starter-Set fünf Euro kosten würden pro Bowl. Man könnte auch eine 8er, 12er oder 24er Box holen. Das ist wahrscheinlich dann schlauer, wenn man halt weiß, welche seine Lieblingssorten sind. Und wenn man sich halt wirklich 24 Boxen holt, dann kostet eine Bowl nur noch 3,50 Euro. Und ich finde 3,50 Euro für eine Bowl ist schon ein echt guter Preis. Also wahrscheinlich wäre es noch günstiger, wenn man... Das war aber genau das, was ich gerade hier am anderen Bildschirm, in dem ich nachgucken wollte. Wie viel kosten die Bowls einzeln oder wenn man mehrere bestellt. Und da finde ich es wieder cool, dass wenn die sagen, okay, wenn du 24 bestellst, kriegst du einen Rabatt. Aber sind wir uns auch mal wieder ehrlich. Wer, außer die Leute, die unten so eine Riesengefriertruhe im Keller haben. Wer hat Platz in seiner Gefriertruhe für 24 Bowls? Also wir nicht. Sich wirklich einfach alles holt und selber macht. Eventuell, je nachdem, so Maracuja und so ist auch alles teuer. Aber 3,50 Euro pro Bowl finde ich preislich gut. Also wenn man sich mal anguckt, wie viel so eine Bowl wahrscheinlich kostet, wenn man irgendwo fancy frühstücken geht oder so. Genau, das wollte ich nur eben sagen, weil ich halt immer nur mit diesen 5 Euro jetzt hier gerechnet habe. Und 3,90 Euro oder 3,50 Euro finde ich gut. Also ich habe jetzt einmal von jedem Geschmack eine. Oceans Bowl, Acai Bowl, Dragon Bowl und Tropical Bowl. Die sind tiefgefroren, deswegen liefern die nur mittwochs und donnerstags. Das kam in so einem fetten Karton mit so, wie heißt das nochmal? Dieses Eis-Zeugs. Das kam halt gefroren bei mir an. Ich musste die Verpackung sofort öffnen und ins Tiefkühlfach tun. Ich werde die jetzt die nächsten Tage für euch testen und sagen, was ich geschmacklich davon halte. Die Ocean Bowl habe ich zum Beispiel schon gestern gegessen. Den Clip seht ihr dann gleich. Was aber hier sehr viel drin ist, ist Zucker. Es ist zwar Fruchtzucker, aber diese Bowl zum Beispiel hat 18,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Und man isst eigentlich einfach eine ganze Packung auf einmal. Das sind 47,2 Gramm Zucker, also Fruchtzucker. Wie viel Fruchtzucker am Tag? Grundsätzlich sagt man, dass ein gesunder Körper zwischen 25 und 80 Gramm Fruktose täglich verstoffwechseln kann. Zwischen 25 und 80 ist ein sehr großer, aber 50 Gramm? Ich weiß, was sie meint. Ich weiß, was sie meint. Fruchtzucker. Das ist schon. Ist mir halt nur jetzt so aufgefallen. Ich will jetzt niemanden irgendwie rausreden, sich jeden Morgen fette Smoothie Bowls oder so zu machen. Das ist 100 pro gesünder, 30 Gramm fette Schüssel Kellogg's zu gönnen. Vielleicht beschwere ich mich auch nur ein bisschen, weil ich meinen täglichen Zuckerbedarf lieber für Schokolade oder so aufbewahren möchte. Ich meine nur, dass es wahrscheinlich etwas sinnvoller ist, Obst als Ganzes zu essen, weil man dann satter wird davon. Weil so Säfte und Smoothies sind ja und Bowls, die haut man halt so schnell weg. Und dann realisiert man gar nicht, wie viel Frucht... Ja, okay. Aber Fruchtzucker ist jetzt für mich auch kein Riesenproblem, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der so viel Frucht jeden Tag isst, dass er sagt, oh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel Fruchtzucker in mir reinjage. Und eine Bowl würde man ja jetzt auch nicht jeden Tag essen, oder? Irgendwann hängt es einem doch auch zum Hals raus, so. Fruchtzucker da jetzt zum Beispiel drin ist. Aber Vitamine und so sind da wahrscheinlich trotzdem richtig gute drin und alles. Also, es spricht eigentlich nicht so viel dagegen. Nur mir persönlich war das so. Wisst ihr, lasst mich, ich mag Schokolade. Es ist das erste Frühstück mit meinen neuen Holy Bowls. Und natürlich habe ich mich für die interessanteste Variante als erstes entschieden. Da drin ist Banane, Ananas, Mango, Zucchini, Datteln, Kokosmus, Minze und Fikofituzianin, 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 Spirulina-Extrakt. Veganer Gluten für 100% natürlich ohne Zusätze. So, man muss das in einen Mixer füllen. 150 ml Wasser. Ich liebe Vanessas Videos an sich, ne? Aber sie ist auch sehr langsam. Sie lässt sich sehr gerne Zeit. Das Video geht auch 30 Minuten. Sie lässt sich sehr gerne Zeit, anstatt schnell zum Punkt zu kommen und unwichtige Dinge vielleicht aus dem Video rauszuschneiden. Aber ich liebe trotzdem deine Videos, Vanessa. Falls du das siehst, das war kein Front. Du kannst ein bisschen kürzer machen, so. Ein bisschen schneller schneiden, ein bisschen. Weil ich bin so zappelig. Ich will endlich, dass du die scheiß Bowl probierst. Am Lager. ...zutun. Und dann ist es fertig. So sieht das Ganze aus. Es ist einfach nur in dieser Verpackung drin. Und hier ist jetzt das ganze Obst drin. Die wärme ja damit, dass sie ein Frühstück sind. Ich würde eher sagen, das ist so ein gesunder Nachtisch. So ein Snack, so ein Eis. So nach dem Mittagessen oder nachmittags oder so. Gönnt man sich immer so eine Smoothie-Baut. Hier ist mein Frühstück. Ich habe mir da jetzt mal keine Toppings drauf gemacht, weil ich das einfach pur probieren möchte. Also geschmacklich finde ich das richtig lecker. Besser so. Das ist echt lecker. Also vom Geschmack her kriegt das von mir 5 von 5 Sternen. 5 von 5 Sternen. Mega lecker. Wahrscheinlich würde ich es mir aber nicht nochmal kaufen, weil halt ein so ein Ding 5... 5 oder 6 Euro haben die, glaube ich, gekostet im Laden. Das war auch so ein... Naja. So, dann probiert sie noch die andere Bowl und dann war es das auch schon mit dem Video. Deshalb, liebe Freunde, schaut gerne mal bei Vanessa vorbei, wenn ihr das ganze Video sehen wollt. Mit den ganzen Rezensionen zu den Sachen. Und ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten morgen wieder beim neuen Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und in der Videobeschreibung ist auch der Link zu Instagram. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Würde mich richtig freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Guck ich tanze tropisch, guck ich tanze tropisch, guck ich tanze tropisch, ja der Pegel utopisch. Guck ich tanze tropisch, guck ich tanze tropisch, guck ich tanze tropisch, ja der Pegel utopisch.